Hallo Leute, hier ist Dima und ich habe letztens durch meinen guten Kumpel Marvin, aka Kyunge, erfahren, dass die Dropshots durch irgendeinen Bug wieder auf den Testservern gingen. Wir haben das Ganze natürlich mal ein bisschen ausprobiert und was ich dazu sagen kann ist, dass die Dropshots echt scheiße sind. Also ich hoffe mal, das alles war nur ein Bug und das kommt gar nicht erst auf die Live-Server. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem toxischen Video. Der Dropshot ist so dumm, Alter, das macht nicht mal Sinn. Kommt doch, Junge! Kommt doch, ich challenge dich! Wieder ein Lion. F***ing Ash, Mann! Was bist du, wenn du denkst? Wöhm, Mann, bitte! Float, oder was? Läuft, was? Dock main, oder was? Okay. Marvin! Oh, Dropshot, hat geklappt! Back to the roots, Diga. Egal, ich... Gib mal, komm mal zurück zu meinem Dirk. Der ist am rechten Testser. Wenn das gegen ihn verlieren ist. Er ist um mich rumgerannt. Okay. Fanta's. Der ist auf dem Balcony gelaufen. Auf dem Balcony. Nice. Deine Clay, pass auf. Das ist der Diffuser. Diffuser located. Protect the bombs. Disabled with the Diffuser. You must locate and defuse a bomb. Alter, wollen die alle nach draußen? Ja, ja, die wollen alle nach oben. Die gehen alle aufs Dach. Druck. Du hast einen Dropshot. You did it. Nein, ich hab die gekillt. Die aufs Dach gelaufen sind. Und wen hast du irgendwo gebracht? Oh, Junge. Warte, ich muss einen Dropshotten. Plänter, plänter, plänter. Dropshotte ihn. Nein, wir haben es voll. Ja, ist das geklappt? Joho. 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 Dropshotte sie, Marvin. Dropshotte sie. Oh, lol. Oh, fuck. Ich hab nicht mal geaimt, dann bringt es ja gar nichts. Boah. Ich hab mich getropshottet. Dabei muss ich mich hier selber kill, Digga. Oh, lol. Ich überlege nicht das. Okay, doch. Oh, ich hab das Glas verloadet. The defuser has been secured. Komplett in. Ja, der Marvin hat das mit seiner Minenstimme gesagt. The defuser is active. Protect it all. Hey, du Flieger, Digga. Was? Will ich dich verarschen? Was ist das? Ich würde am liebsten wieder alter Vieren. Was gibt es da zu lachen, Alter? Spiel doch einfach einen Hurensohn, Alter. Ich muss mal rausgehen nach der Runde. Wir zweimal nehmen die Cam live. Ich hab, ich... Willst du mich verarschen, Digga? Soll ich das mal aufleben? Ich hab genau die Cam getroffen bei mir. Ja, ich weiß. Bestimmt. Aber guck mal, das ist der Cam hier. Ja, ich seh links und rechts so ein Loch da drin, Alter. Das ist so ein Bullshit, dieses Spiel einfach ist, ey. Ey, dieses Game, Mann. Vor allem dann seh ich da, wie die Drohne auf dem Bett in der Cam, dann sind da so zwei Löcher links und rechts in der Kamera, Alter, ey. So ein Hurensohn Scheiß einfach. Aber da hast du die einfach abgeschlossen. Deswegen hab ich die ja geneift, weil ich hab dagegen... Das war so, wie frech die Kamera, wie frech die Kamera dann auch stand auf dem... Genau, zeigt genau dahin und links und rechts ist so ein Scheißloch in der Hose. Und die war... Niko, guck mal. Guck mal, ich weiß. Guck mal, Jürgen, guck mal. Diese Cam, Alter, ey. Wir gehen jetzt einfach nie los. Fuck you. Das erinnert mich gerade voll an so einen Beben, Niko. Warte mal kurz. User left your channel. An welches Beben? Warte, warte, ich guck eben. Hast du diesen Fingerscheiß, ey. Ah, hier ein Echo hier. Ihr Echo ist noch hier drin, bitte safe. Ich mein die ganze Zeit... Oh mein Gott, das ist ja, wer ist der G-Crouch? Yo, Marvin, guck dir das an. Guck, was ich gemacht habe. Marvin ist gar nicht mehr hier. Ich bin kurz rausgegangen. Oha. Oh. Hier im Osten direkt, da wo Cabrera ist gerade. In der Richtung. Auf rechts, die man schafft. Da gut, ein Fenster erschien. Er kann mich von draußen abballern. Vom Fenster. Hey Niko, hier ist ein Bulletproof-Camp. Halt sie. Du greifst. Wie läuft sie, wie so ein Ninja-Turtel. Ja. Ninja-Turtel. Oh mein Gott, das ist so unfair, dieses Dropshotten. Mann. Ich hasse diese Map. Ist deine Huren so ein Map, ey. Ist so unglaublich. Überall wichst du dir irgendwelche Wichsern in den Kopf. Ich hab getropshed. Ja, nice. Guck jetzt, guck jetzt, guck jetzt. Er hat mich nicht getroffen, deswegen. Ich glaube, der hat noch in den Buddy gewichst, oder? Alter. Oh, geil. Lass mich wieder reinschneiden. Warte mal, da hast du eine Cam. Oh, da kommen welche. Ich hoffe nur, die kommen vom Süden halt. Ne, ne, vom Norden. Okay, ich pulsier Norden. Ich pulsier, oh mein Gott, du bist schnall da. Ich pulsier Norden. Ich hab mir die Dropshotte, Bro. Ja, ist okay, Maxi. Genau, wo du siehst. Ich kann jetzt, mein Mikrofon schalten. Das stinkt. Der Mikrofon ist vor. Komm auf damit. Bist du behindert? Ja, und du willst Fortnite spielen, Janis. Ich will Fortnite spielen. Mit Pro-Spielern. Maxi ist richtig gut, ey. Hast du dein Insta-Dings gesehen? Ja. Oh mein Gott. Was? Hallo, komm, wir mal gucken. Bin ich weit geflogen? Ja. Ich hab einfach nicht nach oben links. Maxi, willst du mal einen Zaubertrick sehen? Komm ich an. Ja. Aber dann kann ich gleich was probieren, Dima. Oh nein. LOL. Ja. Ist klar, Johannes. Nicht gedropshotet? Nein, wie sie mich gekillt hat. Oh. Oh je, je, je. Oh God, the fuckers. Was ist los mit dir? Was denn? Wer ihn abschießt? Da war ne Frost-Drohne, Junge. Da war ne Frost-Drohne. Da war ne Frost-Drohne, Junge. What's up? Oh Leute. Wie liegt der? Irgendwo im Schrank? Glaube ich nach Zement oder so. Damn, that's tough. Er ist nicht drin. Ich bin oben. Arvin, guck es dir einfach an, Bro. Guck es dir einfach an. Das ist so dumm. Allein, wie er gefallen ist. Mein Leben. Was? Oh, jawohl. Von wo bist du gestorben? Ich war rausgeraden. Ich hab so scheiß Timing immer. Das fackt mich so ab. Kavera, von wo bist du gestorben? Ähm, vom Fenster. Aber warum ist denn gleich unten? Rechts im Fenster. Echt? Guck drin. Guck, kapiert. Wenn du das mit Dropshots holst, dann alte vier ich. Nein! Alter, wie sie guckt. Oh. Yo, what the fack? Ich hab mich längst und gekillt. Very nice. Marco. Wo ist die Clash? Da. Da. Links vor dir, du Idiot. In einem kleinen Schrank. Jo, ich hab sie geirrenschottet. Alle die ganze Zeit Clash. Wir lagen beide auf dem Boden. Joga, wenn du halt eine Clash bist und vor dir siehst, wie eine Asche in der IQ dich dropshotten, Alter. Oh mein Gott, die liegt hier in den Gebüschen und sucht... Suchst du dir einen Skill? Die Kekse. Die slow. Glaube ich. Bist du ein Finca, Digga? Das ist so dumm, ne? Kann man einen Dropshot spawnen können? Das. Genau das hab ich mir auch grad gedacht. Du bist so... Ich muss spawnen die, weißt du das, Alter? Ich glaube, hier hab ich was gehört. Ja, die spawnen da, Maxi. Was ist das? Junge! Was ist das hier? Ja, ich hab ihn getrofft, schon spawnkelt. Kill me, kill me, please. Oh, wirst du? Toxic. Toxic. Hi. Wollen sie die haben wieder ein Gläs? Mhm. Boah, das ist so topstick. Weiß ich mehr, oder was? Nein, aber ich hab... Hab ihn getrofft? Oh. Marvin, er war hinter... Oh, so Bugs tot, okay. Ich hab's gesehen. Auch den Gang durch, ja, Mann. Hab ich auch gemacht, genau das gleiche. Oh, das ist noch einer Marvin, nochmal. Junge! Mach nochmal. Das ist ne Ash. Entgang? Ja, aber ne Ash, pass auf. Ich glaub, das ist einfach nur ein scheiß Weep, Alter. Auch alle mit Tüte ficken. Erschrocken, weißt du? Das sah aus wie das heftigste Blitz bei der EU-Sieb-Afrika, Alter. Ich hab' jetzt noch nie zu zweit gehört. Süd-Afrika. Afrika West. Ich hab' ne Idee, ey. Digga, es stand grad 2 gegen 4, es steht jetzt 2 gegen 2. Ost-Zimbabwe. Ich hab' ne Dropshotte. Boah, man muss mal mit Ella Dropshotten. Boah, das wollte ich grad machen. Echt? Hier, nimm. Machen wir mal, ist so aus der Hüfte. Okay. Oh, Junge. Jo, so piss dich. Jetzt hat sie, jetzt hat sie. Ich kann auch noch mehr trappen, ne? Pass auf. Junge, was ist das für eine? Auch drin, auch drin. Hurensohn, Hurensohn. Jetzt läuft das auch. Dropshot, den Dropshot. Wie das aussah. Junge, diese Raffe. Gib'n epileptischen. Ja, Junge, das ist ja absolut krass mit diesem Dropshotten. Junge, das geht ja gar nicht in meinen Kopf. Was? Hilf mir. Hilf mir. Was ist das, ne Clash? Bleh. Boah. Boah. Nein, da war sogar einer drin. Marvin, gut luck. Bis auf die Nuss. Danke. Ich komm mit Marvin. Ich muss wieder Dropshotten. Vergesst nicht. Ja, mach gut. Ah. Ah. Oh, bei mir. Was sieht das? Wie gepunktet am Ende. Ganz ob. Hast du das gesehen? Achso, nein, hast du gar nicht gesehen. Hast du die Dropshotten? Ich hab Marvin angeschossen. Ach, du hast mich angeschossen, du Bastard. Ach, dich? Ja, ich wollt schon sagen, hä, was machst du da? Ich dachte, warum lacht er? Du Wichser, Alter. Die sind schon bei der Bombe, Digga. Bei B. Darf ich damit nicht. Neck ist drin. Neck ist tot. Die Sache ist, ich darf mich jetzt nicht ans Dropshotten gewöhnen. Doch. Einbein. Steh, unten. Von unten kommt hochgerannt. Siehst du? Siehst du? Das ist die Sache halt, wenn wir jetzt Live-Server nachher wieder spielen, bin ich im Arsch. Nein, Mann. Aber es rettet dir so oft dein Leben. Der Räuber bei mir. Die haben ne Clash, ich kann nicht. Auf der Bar, Billiard. Er spielt Test-Server-Mirror, Alter. Gedropshot und Reverse gedropshotet. Ja, wieder ne Clash, Clash-Stone. Meine Position ist gefährdet, Skrata. Wie lange denn? Elmoyo. Wo ist Cavara? Bei die Bombe. Bei mir. Waff rechts bei der Bombe. Prefy einfach. Ja! Uff. Ich krieg's die nicht, oder was? Nein! Das ist die schlecht. Hä? Nein! Auf 4 hat eine Bombe. Oh mein Gott! Okay. Ich will die Dropshotten. Genau. Wo? Alter, was machst du denn? Ah, Billiard, Billiard, Billiard. Nein! Billiard! Otis, du crazy mother ... Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh.